Ah, was ist das? Ich hasse Wasserlevel Was ist das? Kev Ach du Scheiße, ich hab keinen Bock mehr Okay Boah, ist das kacke Joah, schieb dich da mal durch, Jemira, ist klar Bietet doch nicht Nein, er doch nicht Ah, sind das denn Fische als Pflanzen? Sindsacklich Okay, der hat das genau so gemacht wie ich da Hm Mal gucken, ob das was wird Oh, warum lade ich denn? Weil du behindert bist Wollte doch saven Scheiß Köter draußen grad Den Köter baue ich Draußen? So Zwei Stück Die höre ich sogar Ja Ja Ja, deswegen wundere ich mich ja gerade Hä? Ähm, das Wie soll das denn gehen? Aua Kann sich hier nicht durchbacken wie eben? Durchbacken Ja Ist klar Klar Ich probier was Hallo? Was denn? Spielt das normal, das Spiel? Ja Spielt das Spiel normal? Haha Ich spiel geil so, was willst du eigentlich? Ich komm bei den scheiß Pflanzen hier nicht lang Hast du gesaved? Du bist scheißig, Beuys Nein Hilfe Hilfe Das Boah Pah ey Nein Verrecken wir hier Ich bin grad nur am Laden immer, weil ich immer verrecken will Schöne dich Ah ok, da oben bin ich jetzt eigentlich Warum? Oh Da komm ich eben weiter und dann zerrecke ich oder wie? Wo bist du denn? Ich muss an diesen scheiß Pflanzen vorbeikommen jetzt Ich bin jetzt an dieser komischen Bombe vorbeigekommen da diese komischen Stern da Das war doch einfach Kugel Willi Oh Hammerwerfer PTF Ach da bist du? Da bin ich schon gewesen Ich hab schon wieder in suchtig bist Ich hab schon zwischen safe gehabt Nein Nein Ich sterbe jetzt automatisch vom Hammer oder was? Oh nein, lass dir bitte safe nicht so sein Nein Nein Du kannst doch zurückspulen also Ah Na aber nicht Ich hab schon gesaved öfters Trotzdem kannst du zurückspulen Ah Wie weit kann ich den zurückspulen mal schauen Den zurückspulen wie weit Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Der kann ich nicht Nö Aber der Zelt ist safe Nein, nicht Endgegner Ich hab nicht vorher gesaved was Idiot Man saft auch wenn man den Endgegner gemacht hat Nein Nein Oh scheiße Ja du bist scheiße Das wissen wir Der Hammer fliegt genau wenn ich schwimme Genau fliegt der über rein Kacke Jetzt muss ich jetzt noch den Gegner nochmal machen Rot So blöd bist doch nur du Flash Ja gut haben sie gesagt ne Kann nur der Flash schaffen? Ja, kann auch nur Das stimmt Ja Das ist ein gutes Training Mh Gutes Training Ist der Kleider mit Steine mit Eimer zerstört Nein Ich muss noch weiter zurück Ich hab den safe gerade übersaved Idiot Idiot Du bist ein Trottel ne Weißt du das Wo hab ich denn zuletzt Wo hab ich denn zuletzt Nein Du hast bis dahin wieder vorbereiten Hach Haha Haha Das ist zu ewig wieder Deswegen safet man ja auch wenn man raus ist Einmal komplett Da hab ich gar nicht dran gedacht Zumal du ein Idiot bist Zumal du ein Idiot bist Der mobbt mich doch nicht Der mobbt mich doch nicht Ich hab's weiter geschafft Oh Na endlich Hammerwerfer und schön viele Kugel Willis Toll Toll Boah Und jetzt kommen diese Fischis Ahja Mann ist das mies Scheiße Scheiße Nein Nicht diese Nicht diese Scheiße schon wieder Nein Da war ich Scheiße Fuck 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 Ich bin schneller als erwartet Fuck 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 dich doch selber Halt's im Maul vielleicht Du hast aber noch Fuck Ja Darum mach ich das auch Oder kann man hier durch die Wand schwimmen Nö Schade Durch die Wand schwimmen will der auch noch An manchen Stellen geht das Der will der sich noch durchbacken Und ich weiß auch wo das geht bei den Hammerwerfer Hat Emeroe da ja auch gemacht Genau Cheater Halt alles Cheater Wieso hast du das extra so mit eingebaut Geschafft Nein Nein Boah Fuck Das ist Was wird das denn gehen Hä Hä Das geht doch gar nicht Oder kann man hier unten lang Hier kommt man lang Das ist Ja Ich muss da auch echt durch die Wand schwimmen Weil sonst Ich bleibe mal lang Hier kommt man lang Fuck, ich habe das Level gleich geschafft. Wenn ich den Cookie Willis mal ordentlich ausweichen könnte. Scheiß Drecksdinger. Nein, nein, nein. Ach, ich schwimme auch noch in den Arsch rein. Nein, geschafft. Noch ein Level geschafft, yeah. Bei 30 Minuten. Das Geräusch war nicht mehr, du Arsch. Safe and continue schon wieder, okay. Safe. Ich save nochmal durch. Aschloch. Nur weil ich das geschafft habe. Nur weil ich ein Continue and Save nicht gemacht habe.